NFTs auf der LFZERO Blockchain kaufen, minten und alles was man braucht dafür, jetzt hier im Video. Hey und willkommen bei der Kryptoeule. Wir schauen uns in diesem Video mal an, wie man NFTs auf der LFZERO Blockchain kauft, mintet, versendet und sich anzeigen lässt natürlich. Das Mainnet ist live und viele NFTs und Token sind da, aber wir konzentrieren uns in diesem Video mal auf die NFTs. Dafür braucht man natürlich eine Wallet mit ein paar A0 drauf und am besten die Integration Sub-Wallet. So sieht das Ganze aus, kann man sich hier downloaden, Link findet ihr in der Videobeschreibung und dann könnt ihr hier ganz einfach loslegen. Ist ziemlich ähnlich wie MetaMask, wir sehen hier Polka dort, wir sehen ganz viele verschiedene Chains, die man hier auswählen kann und natürlich auch die LFZERO Blockchain bzw. Mainnet. Und dann gehen wir zu ARTZERO, so sieht das Ganze aus. Marketplace, Louchpad und natürlich mein Account. Dann hier einfach das Ganze verbinden, ich disconnecte mal und dann können wir uns ganz einfach wieder Connect Wallet, dann die Sub-Wallet auswählen und zack, schon ist man verbunden. Das Ganze noch bestätigen, da öffnet sich das Fenster kurz, außer man ist da schon öfters verbunden, so wie ich, dann öffnet sich da kein Fenster mehr. Wir sehen hier im Marketplace, dass die A0 Punk-Szene gepusht werden, weil sie hier als erstes stehen und sonst finden wir Random Collections, jede Menge hier. Und auch Trending Collections finden wir eine ganze Menge und auch New Collections. Alles findet man hier, da kann man auch noch weitergehen und da gibt es ganz viele verschiedene dieser Collections hier. Die A0 Boys, die Bitfunks und so weiter, gibt es jede Menge, das sehen wir hier. Die könnte man jetzt kaufen und natürlich dann auch traden. Um sich seine eigenen NFTs anzeigen zu lassen, geht man hier einfach auf My Account, dann hat man hier die Auswahlmöglichkeiten. General, My NFTs, My Stake, My Projects. Ich gehe jetzt mal auf My NFTs, wie auch im Livestream schon gezeigt. Ich besitze ein paar A0 Punks und dieses Own API, das habe ich ja live gemintet im Livestream, das werden wir jetzt auch nochmal live machen. Dann habe ich welche gelistet, die habe ich hier zum Verkauf und ich habe keine Gebote am Laufen, aber ich habe hier noch eine PMP, diesen Predator von ArtZero selber. Den habe ich hier im Staking, da soll man sogar an den Gebühren verdienen, die man hier auf ArtZero bezahlt bzw. die die Leute ausgeben. Da verdient man mit den gestakten Predators, verdient man da etwas. Bin mal gespannt, wann das Ganze kommt. So, jetzt können wir auf ArtZero auch noch via Launchpad ganz einfach NFTs minten. Da gibt es diese Predators, wie jeder, der jetzt sagt, oh, das hört sich interessant an, etwas mitverdienen, das kann man hier auch noch live minten. Ich sage direkt, nicht gerade günstig mit 75 A0 pro NFT. Ist nicht wenig, muss man ganz ehrlich sagen, aber eventuell könnte sich das langfristig lohnen, wenn man das machen möchte. Dann hat man hier den Public Mint Preis von 75 A0, die muss man natürlich auf der Wallet haben. Ihr seht, bei mir ist nur ein A0 gerade hier frei zur Verfügung. Dann geht man hier einfach auf Public Mint und könnte das minten, aber ihr seht hier unten, not enough balance to mint. Und das Ganze läuft auch nur noch, zum Video- und Aufnahmezeitpunkt, ein bisschen weniger wie sieben Tage. Ja, und dann ist das Ganze hier weg von den 8000 bis hier alle das minten. Und dann gibt es nochmal 2000 als Special oder 2000 als Giveaway, wie auch immer. Auf jeden Fall sehen wir hier, sind die noch im Prozess des Mintens. Und wenn wir etwas kaufen wollen, dann gehen wir hier auf Marketplace. Dann gehen wir jetzt zum Beispiel hier auf die A0 Punks, weil die gerade da oben sind. Und dann gibt es hier die Möglichkeiten, dass die sind alle gelistet. Wir können uns auch alle einfach anschauen. Das sind dann hier die ganzen, die es alle gibt. Aber wir wollen natürlich welche kaufen, die gelistet sind, keine Frage. Und dann können wir ganz einfach hier zum Beispiel den für 18 A0. Wir haben ja auch eingestellt von low to high, also von niedrig zu hoch. Dann stellen wir den hier einfach, gehen wir hin und würden einfach das Ganze kaufen. Ganz einfach buy now, aber wir sehen not enough balance. Also wir können es nicht kaufen, aber wir könnten hier auch ein Angebot abgeben. Wenn wir sagen, hey, verkaufst du den noch für 10? Und dann sehen wir auch, habe ich nicht genug ASU. Aber dann könnten wir ganz einfach ein Angebot abgeben. Dann öffnet sich die Subwallet. Dann muss man das Ganze mit seinem Passwort nochmal bestätigen und schon ist man dabei. Bei den ASU Punks gibt es eine kleine Besonderheit. Und zwar, wir haben ja hier nur die Nummer stehen, aber nicht den Rang. Es gibt ein Telegram-Bot, wo man einfach diese Nummer hier einträgt, ohne Hashtag. Und dann kriegt man den Rang des NFTs raus. Den Link, beziehungsweise diesen Telegram-Bot, den stelle ich euch auch gerne in die Videobeschreibung, weil ich glaube, zu den ASU Punks, das ist so die Hauptkollektion gerade und auch viel Nachfrage aufgrund dieser NFT-Kollektion. Ja, die Punks, wir wissen es von der Firma, waren auch damals die ersten Affirm-Punks oder Crypto-Punks damals, die es dort gab. Und das war so die erste große Kollektion. Und das könnten natürlich eventuell, man weiß es nicht, die Punks auch auf ASU sein. Also sehr spannend. Deswegen viele Fragen dazu. Deswegen packe ich euch den Bot, wie gesagt, in die Videobeschreibung. Hier könnten auch eventuell Leute, die das nicht wissen, dass dieser Bot diese ganzen Sachen rankt, kann natürlich sein, dass hier auch Schätze versteckt sind unter den günstigen. Das kann alles sein. Wir sehen auch, hier sind ja schon Angebote. Also da könnte jemand, der sich die angeschaut hat und gerankt hat, der kann sich hier eventuell auch ein günstiges Angebot schnappen. Also alles ist möglich. Okay, das war das Ganze zum Marketplace. Wie gesagt, sie sind hier so ein bisschen gepusht, dadurch, dass sie oben stehen. Aber Random Collections gibt es jede Menge und Trending Collections. Ja, da gibt es auch verschiedene, die hier so ein bisschen mit NFTs handeln. Also sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir gesehen, wie wir unsere NFTs anzeigen lassen. Jetzt haben wir gesehen, wie wir NFTs kaufen können. Jetzt wollen wir mal ein NFT minten. Und da können wir natürlich auch wunderbar die Geschwindigkeit der LFZO Blockchain testen. Und das geht ganz einfach. Nehmen wir hier auf Launchpad gehen. Dort gibt es noch verschiedene Projekte, die man minten kann. Wir sehen das ja hier. Zum Beispiel die PMPs von A0 selber. Sonst verschiedene andere. Immer, wenn man hier drauf geht, dann sieht man hier den Preis, den Public-Mint-Preis. Hier zum Beispiel diese. Hier sehen wir den Mint-Preis bei 8 A0. Und da sehen wir insgesamt Public 2700. Hier als Beispiel. Und dann gibt es hier verschiedene Projekte, wie zum Beispiel die A0 Boys. Und dann sehen wir hier die Preise. Zum Beispiel in diesem Fall 15 A0 für einen Mint. Und das könnten wir einfach ganz einfach minten, wer da Lust hat. So funktioniert das Ganze. Und wir gehen jetzt mal auf die Own API. Und zwar haben die uns zur Verfügung gestellt, dass wir ein NFT hier gratis via Whitelist minten können. Das Ganze einfach. Hier zum Beispiel der normale Mint-Preis wäre 3,14 A0. Und wir können hier eins gratis minten. Und das ist sehr nett. Und auch nochmal vielen Dank dafür. Hier können wir das Ganze einfach zeigen. Ohne Kosten in diesem Fall. Also wir gehen jetzt hier einfach hin und wollen eins minten. Wir sehen ja, mehr geht auch nicht. Dann machen wir ein Whitelist mint. Und jetzt sehen wir schon hier die Transaktion. Jetzt öffnet sich die Sub-Wallet. Das seht ihr jetzt in diesem Fall nicht. Und dann muss ich mal kurz mein Passwort eingeben. Wenn wir das Passwort eingegeben haben, dann erprüfe ich das Ganze. Und schon seht ihr hier in Block Whitelist mint. Und dann dauert es sich lang und zack. Fertig. Kein Witz. Wir sehen hier, wir sehen hier, you have minted from Whitelist zwei NFTs. Sie haben uns zwei NFTs zur Verfügung gestellt. Eins haben wir im Livestream live gemintet und eins für dieses Video. Sehr cool. Jetzt gehen wir auf my accounts und schauen, ist das NFT auch wirklich da. Und zack. Ein zweites. Da sehen wir mal, wie cool diese Blockchain ist. Und vor allem, wie schnell die ist, oder? Wir sehen hier zwei NFTs. Sie sind hier mit diesem Code, also mit dieser Länge. Zum Beispiel hier ist viel mehr Code wie hier. Sehen wir, hier sind die Lücken, hier sind fast gar keine. Und auch hier unten ist ein Unterschied. Also hier haben wir ganz einfach eine NFT gemintet. Und das, wie gesagt, das könnt ihr bei allen NFTs machen, die hier im Launchpad sind. Wenn man sagt, ich bin bereit, diesen Preis des NFTs hier mit 77 zum Beispiel. Also viele sind, ja, sehr teuer. Aber eventuell hat man ja Glück und man mintet hier Rang 1 bis 5 bis 10, was weiß ich. Und kann hier die nochmal eventuell teurer verkaufen. Wir müssen ja bedenken, die LFZO Blockchain ist ja mit dem Mainnet gerade am Anfang. Der Traffic kommt gerade erst rein. Wieder neue Wallets entstehen. Viele neue Leute kaufen erstmal ASU. Und diese werden eventuell auch in NFTs gesteckt. Und viele sitzen natürlich da und sagen, ja, ich habe keine Lust, jetzt 10 Dinger zu minten. Ich gebe dann lieber, keine Ahnung, 100 ASU aus für Rang 1 bis 100 oder so. Hauptsache, ich habe einen Top 100 NFT der Serie. Also da gibt es natürlich die verschiedensten Leute und verschiedensten Möglichkeiten hier an Top-NFTs zu kommen. Aber viele wollen natürlich auch nur von bestimmten Kollektionen. Wir sehen halt, wie gesagt, die ASU Punks. Die werden hier ganz schön hoch angesehen. Und wir sehen auch hier, das Volumen mit 11.800 ASU ist natürlich nicht wenig. Wenn wir zum Beispiel andere sehen, da ist nicht so viel Volumen drin. Hier zum Beispiel die Buffalos mit 4.100, auch nicht wenig. Aber sonst, ja, im Vergleich sind die ASU schon stark mit dabei. Das muss man an dieser Stelle festhalten. Zu ArtZero ist noch gesagt, ganz einfach, dass es hier natürlich auf ihrer eigenen Twitter-Seite viele verschiedene Möglichkeiten gibt, das Ganze nochmal ganz einfach zu sehen. Sie haben ja auch ihren eigenen Token mit InkRail, das ist ihre zweite Plattform und der InkRail-Token ist auch sehr cool, weil jeder, der diesen Predator mintet, vom Public Mint, also bereit ist, diese 75 A0, die es ja kostet, hier zu zahlen, für dieses NFT, für diese Predators, der bekommt, und das wurde hier nochmal im Chat geschrieben, Für jeden PMP-NFT-Minted, you will receive 150 InkRail-Token als Airdrop. Also jeder, der ein PMP-NFT-Mintet, bekommt nochmal einen Airdrop von 150 InkRail-Token. InkRail ist die Plattform, die ich schon mal in einem anderen ASU-Video gezeigt habe, wo es darum geht, einen eigenen Token zu erstellen, einen eigenen Launchpool zu erstellen und dort einfach mal im Testnet ein bisschen rumzuspielen. Also das kommt auch noch, dass hier natürlich dann Staking und Landing-Funktionen demnächst sind und natürlich auch das Launchpool. Da kommt einiges von ArtZero insgesamt, ArtZero wird auch noch ausweiten auf die Asta Polkadot Power Chain. Wir wissen ja, Polkadot als Haupt-Relay-Chain und daran sind ja die Power Chains und Asta ist eine sehr beliebte, gerade auch für NFTs, beliebte Chain auf der Polkadot-Blockchain. Und auch LFZero wird hier eine Power Chain irgendwann besitzen und dann kann man auch zwischen Asta und LFZero ganz einfach hin und her switchen die NFTs. Und ArtZero wird auf der Asta Power Chain auch sich aufmachen und da haben sie auch zum Beispiel eine aktuelle Ankündigung, wo es heißt, wir suchen noch Ambassadors, speziell hier für die Asta Network und ASU Blockchain, beziehungsweise Ambassador-Program. Also wir sehen hier, Asta wird demnächst auch noch dazu kommen. Wir sehen auch anhand der Follower Asta auch eine sehr beliebte Chain, wo gerade auch viele NFTs hin und her geswappt und getauscht werden. In der Polkadot-Blockchain ist der Asta wirklich sehr bekannt. Das zum Thema NFTs, ich hoffe, euch konnte dieses Video helfen. Ihr konntet sehen, wie das Ganze funktioniert, wie ich ein NFT minte, wie ich mir das Ganze anschaue. Zum Schluss können wir uns noch anschauen, wie versende ich denn eins. Aber ich glaube, das ist dann logisch in dem Moment, wo ich es anschauen kann. Zum Beispiel diesen AZO Punk kann ich ganz einfach, sehen wir hier oben, Transfer NFT. Dann gebe ich die Adresse ein, wo ich sie hin versenden will. Dann submit das Ganze via Subwallet, wenn sich das Ganze hier im Fenster öffnet. Können wir das Ganze dann versenden, beziehungsweise bestätigen. Und schon ist das NFT auf einer anderen Wallet. Das geht ganz einfach und natürlich können wir, indem wir unsere Wallet-Adresse angeben, ganz einfach auch NFTs empfangen. Durch AZO werden diese natürlich einfach nur sichtbar in diesem Sinne. Auf der Subwallet gibt es leider keine Möglichkeit für NFTs, beziehungsweise es gibt diese, aber sie werden noch nicht angezeigt von LFZO selber. Deswegen via AZO, dort läuft aktuell sowieso hauptsächlich alles für die NFTs. Aktuell zum frühen Start des LFZO Mainnet. Also ich hoffe, ich konnte damit helfen. Bei weiteren Fragen gerne in die Kommentare und mir bleibt nur eins übrig. Und ich sage, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal!